Als nächstes komme ich zu Reef, das ich vorhin schon bei Harmonies erwähnt habe. In dem Spiel von 2018, das 2020 eine zweite Auflage bekommen hat, bauen die spielenden dreidimensionale Korallen auf. Mit zwei Handkarten geht es los, danach kann man bis zu einem Maximum von vier entweder eine neue Karte aus der Auslage nehmen oder eine Karte aus der Hand ausspielen. Spielt man eine Karte aus, platziert man zunächst die zwei Korallenteile, die im oberen Teil der Karte zu sehen sind, auf dem eigenen Riff. Diese darf man frei auf den 16 Feldern verteilen und auch in die Höhe bauen. Als zweites wertet man dann das eigene Riff entsprechend des unteren Teils der Karte. Dabei gilt immer nur die Draufsicht auf das Korallenriff, bei einer mehrstöckigen Koralle ist also nur die oberste Koralle für die Farbe entscheidend. Punkte gibt es dann für Korallen bestimmter Farben, für bestimmte Nachbarschaften oder Korallen einer bestimmten Höhe, wobei man diese Vorgaben auch mehrfach erfüllen kann und dafür entsprechend viele Punkte bekommt. Gehen Karten oder alle Korallenteile einer Farbe aus, kommt es dann zum Spielende. Riff war zum Ausprobieren jetzt mal ein nettes Puzzle, vor allem weil ich es vor Harmonies ausprobiert habe. Die Karten, die man aufnimmt und wann man diese dann ausspielt, versucht man dabei natürlich möglichst gut aufeinander abzustimmen, sodass man bei jeder Wertung möglichst viele Punkte bekommt. Insgesamt hat mich das aber nicht so mitbekommen, denn vom reinen Ablauf her wurde es mir doch schnell etwas zu eintönig. Gerade im nachträglichen Vergleich zu Harmonies fehlt Riff vor allem der Charme und das mehr an spielerischer Tiefe und Abwechslung. Die gigantische Plastikmenge, die ausgerechnet in einem Unterwasserspiel steckt, ist zudem schon fast sarkastisch und wirkt für mich im Jahr 2024 auch nicht mehr so richtig wertig, wenngleich es durchaus Spaß macht, die Korallenteile aufeinander zu stapeln. Darin liegt auch die augenscheinliche Ähnlichkeit zu Harmonies, bei dem ebenfalls auf einem kleinen Tableau Spülsteine ausgelegt und in die Höhe gebaut werden können, wobei bei Harmonies nicht nur der oberste Stein eines Stapels entscheidend ist. Alles in allem muss ich Riff angesichts der Konkurrenz aber auch wirklich nicht nochmal spielen. Als Einsteigespiel sollte aber es glaube ich durchaus in vielen Runden okay sein, weil man nicht ganz so viel zu beachten hat, sondern sich wirklich ziemlich gut auf die eigentliche Pusselei konzentrieren kann.